Hallo und herzlich willkommen zur ersten und vermutlich letzten Ausgabe von Wie baue ich eine Pyramide? Wie versprochen werden wir euch heute ganz einfach demonstrieren, wie wir damals unsere Pyramide gebaut haben. Vorab vielleicht einmal zu den technischen Daten, wie das denn so ausschaut, wenn man eine Pyramide bauen möchte. Dadurch das jetzt weder einfach nur eine furchtbar gute Demonstration war, hat man gesagt, wir schauen sich das einfach im Detail nochmal an, wie wir das damals gemacht haben und eines sei euch schon verraten, es hat nicht in drei Minuten zwölf funktioniert, aber ich zeig es euch einfach ein bisschen genauer. Viel Spaß! Wenn ich was sagst, wie wird das Video? Also wenn es ja gerade für die Organisation im Vorhinein schlecht ist, aber dann haben sie ich halt geästet. Jetzt hat es euch verabschieden. Hallo meine Freunde und Follower, das ist mein Tutorial, um mein Haar zu funktionieren. Das überlächeln gehst und dann auch nur lässig drüber stehst. Oh, wie dass ich nie draus lerne, doch verharmt das Herz, greifst du ins Leere. Geht doch aus. War gerade aus, glaub ich, in der ich alleine da bin. Du musst gleich anfangen. Du musst dich stellen, wenn du zu. Wost du hätte bist und um dich als Fahrgist. Komm, 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 komm. Ich lasse dich jetzt an. Du bist mit froh. Wow. Aua! Aua!